Was hast du denn dabei verloren, Atze? Du bist so mieses Arschloch. Was bezweckst du damit eigentlich, dass ich wahnsinnig werde? Hör mir zu. Was gibt's denn so Neues? Im Odewald? Und wie geht's den Hunden? Ach, denen geht's gut. Ich sitze gerade raus im Hof. Warte, bis der Neumann den Lecker schon über den Zaun schmeißt. Du weißt ja, ich sitze daheim. Warte, dass er aus der Haustür kommt. Vor allem in den Blecki. Der sitzt da ja bei jedem, bitte. Bier, bis der Gemeinschaft. Din, Lecker. Da. Da. Untertitelung des ZDF, 2020